Ja, liebe Freundinnen und Freunde, das ist ein besonderer Wahlkampf, in dem wir hier sind. Dieser wird durchgeführt unter Corona-Bedingungen, das bestimmt im Moment unser Leben. Abstand halten, Maske auf, Maske ab und natürlich ändert das auch die Art, wie man hier Wahlkampf macht. Und dieses Virus zeigt auf, wie unter einem Schlaglicht, was falsch läuft in unserer Gesellschaft. Es zeigt die Schwachstellen auf in all die politischen Fehlentwicklungen. Eigentlich wird uns jetzt ja bewusst, wie wichtig eine Gemeinschaft ist, die für uns da ist, die uns schützt und wie wichtig auch ein funktionierendes Gemeinwesen ist, das uns auffängt in dieser Krise. Aber seien wir ehrlich, in den letzten Jahren wurde genau das Gegenteil getan. Alles Öffentliche, alles Soziale, alles, was dafür da war, die Gemeinschaft zu stärken, wurde abgebaut. Es wurde verächtlich gemacht. Es war etwas, wo man sparen sollte. Und da sieht man heute überall, nehmen wir ein Beispiel, die Schulen. An den Schulen von Nordrhein-Westfalen fehlt nach unseren Schätzungen eine Summe von 5 bis 8 Milliarden Euro nur an Reparaturkosten. Und dann kommt die Krise und Lehrerinnen und Lehrer können nicht mal die Fenster aufmachen, um zu lüften. Seit Jahren fehlen Lehrerinnen und Lehrer an unseren Schulen und die Landesregierung hat nichts bis wenig getan, um dagegen zu wirken. Und dann kommt die Corona-Krise und plötzlich merken alle, unsere Klassen sind zu groß. Seit Jahren leben wir mit einem Bildungssystem, das Ungerechtigkeiten und Ungleichheiten nicht eindämmt, sondern weiter zementiert. Und dann kommt die Corona-Krise und wir sehen, die Unterschiede zwischen den Schülern gehen weiter auseinander. Und die Schüler, die aus einem armen Elternhaus kommen, haben oft nicht mal einen PC oder einen Laptop, um am Digitalunterricht teilzunehmen. Und da sagen wir, es reicht. Es muss sich etwas ändern in unserer Gesellschaft. Wir müssen daran arbeiten, dass wir näher zusammenkommen, dass Solidarität wieder groß geschrieben wird. Wann, wenn nicht jetzt, liebe Freundinnen und Freunde? Und dafür gibt es viele Gründe. Seit Jahren wächst die Armut in unserer Gesellschaft. Und jetzt in der Krise, da sehen wir, dass Menschen, die von Hartz IV betroffen sind, ein 84% höheres Risiko haben auf einen schweren Krankheitsverlauf. 84% höheres Risiko schwer an Covid-19 zu erkranken. Und wenn es keinen anderen guten Grund gäbe, dann wäre das doch der Grund, endlich die Schere zwischen Arm und Reich zu schließen, damit alle Menschen eine Chance haben, durch diese Krise und durch diese Pandemie zu kommen, liebe Freundinnen und Freunde. Und dann die Beschäftigten. Da fängt die Corona-Krise an und dann gibt es erstmal Applaus aus der Politik. Und den Parteien fällt auf, dass die oft unterbezahlten und überarbeiteten Malocherinnen und Malocher diejenigen sind, die den Laden zusammenhalten. Und dann fängt der Kommunalwahlkampf an und dann stellen die Parteien sich hin und erzählen, wie wichtig ein öffentlicher, funktionierender Dienst ist, gerade hier auf kommunaler Ebene. Und ich erzähle Ihnen mal was, gerade jetzt läuft die Tarifrunde für genau diese Beschäftigten im öffentlichen Dienst und in den Kommunen. Und die gleichen Parteien, die vorher geklatscht haben und die gleichen Parteien, die vorher erzählt haben, wie wichtig genau dieser öffentliche Dienst ist, die stellen sich jetzt hin und sagen, ja, es tut uns leid, für ihre Arbeit ist leider zu wenig Geld da, da können wir jetzt leider keine vernünftige Tariferhöhung aushandeln. Und das ist doch Murks, liebe Freundinnen und Freunde. Wir leben in einem der reichsten Länder der Welt. Und wenn diese Parteien erzählen, es ist kein Geld da für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst, dann müssen sie sich die Frage gefallen lassen, warum. Und normalerweise zitiere ich nicht unbedingt die SPD, aber im Wahlkampf tue ich das ab und zu mal. Und 2013, da stand Frank-Walter Steinmeier auf dem Arbeitgebertag, vor den ganzen Industriekapitänen und Managerinnen und Managern. Und da sagte er um beifallheischend, wenn sie sich in gerechter Weise zurückerinnern, dann waren die relevanten Steuersenkungen in Höhe von 60 Milliarden Euro immerhin sozialdemokratische Steuerpolitik. Und wir erinnern uns in gerechter Weise zurück. Wir wissen, wer den Superreichen, ihren Banken und Konzernen die Milliarden Euro geschenkt hat, die jetzt hier vor Ort fehlen und wo unsere Kommunen dran darben, wo kein Geld da ist für die Beschäftigten. Wir sagen, es reicht, wir müssen umverteilen. Die Superreichen, die Multimillionäre, sie müssen zur Kasse gebeten werden, damit wieder Geld für die Gemeinschaft da ist, liebe Freundinnen und Freunde. Und dann ist ja Wahlkampf und im Wahlkampf, da findet die eine oder andere Partei auch wieder zu ihren sozialen Wurzeln zurück. Und da zählen sie auch was von Armut, da sind sie dann auch gegen. Worüber sie nicht reden, ist der Zusammenhang zwischen Armut und Reichtum. Und ich sage, eine Partei, eine politische Partei, die nicht über diesen Zusammenhang zwischen dem extremen Reichtum auf der einen Seite und der bitteren Armut auf der anderen Seite reden will, die verpasst das Thema. Setzen sechs, als Link verbinden wir diese Themen und sagen, wir können uns die Superreichen nicht mehr leisten. Wir müssen umverteilen von oben nach unten. Nur so geht Gerechtigkeit, liebe Freundinnen und Freunde. Und ich könnte jetzt auch zur Pointe von meiner Rede kommen und da wird alles aufgelöst und total sauber im politischen Programm erklärt. Aber die Hauptrednerin des Tages kommt gleich zu uns. Und ich mache noch ein paar Minuten weiter, kriege ich gerade das Zeichen. Sie haben Glück. Die Auflösung kommt, die Auflösung kommt. Alles klar. Wir waren bei den Stollen, bei dem Zusammenhang zwischen Arm und Reich. Die anderen Parteien möchten nicht darüber reden, dass es diesen Zusammenhang gibt, dass von dem Kuchen, von dem enormen Reichtum, den es in unserer Gesellschaft ja real gibt, wir leben in einem der reichsten Länder der Erde. Sie möchten nicht darüber reden, dass es eigentlich gar nicht notwendig wäre, dass so viele Menschen in Armut leben, dass es nicht notwendig wäre, dass alles, was sozial ist, kaputtgespart wird. Sie möchten nicht darüber reden, dass es eine Verteilungsfrage ist, die hier im Raum steht. Und deswegen blenden Sie den Teil mit dem Reichtum einfach aus, aber das geht nicht. Und ich möchte Ihnen auch mal erklären, warum. Und ich möchte das an einem plastischen Beispiel hier aus Nordrhein-Westfalen erklären, nämlich am Beispiel von Tönnies, dieser Mischung aus Wurstkonzern und organisierter Kriminalität. Da stellt sich dieser Konzern hin und beutet über Jahre brutal seine Beschäftigten aus, die wie Arbeitssklaven von Sub-Sub-Unternehmen angestellt sind und kaum noch reale Rechte in diesem Unternehmen haben. Und dann werden diese Beschäftigten genommen und in Arbeiterghettos untergebracht. Und die harten Schichten in der Fleischverarbeitung, die harten Arbeitsbedingungen, die harten Lebensbedingungen, unter denen diese Beschäftigten dort leben und leiden mussten, führen am Ende dazu, dass sich ein Corona-Hotspot entwickelt. Und dieser Corona-Hotspot zwingt die ganze Region in den Lockdown. Und was macht das Unternehmen daraufhin? Die gehen hin und fordern faktisch Schadensersatz vom Land. Die fordern Schadensersatz von der Allgemeinheit dafür, dass ihr Geschäftsmodell für einige Wochen pausieren musste. Und ich sage, es ist genau diese dreiste Selbstbedienungsmentalität der oberen 10.000, die dazu geführt haben, dass wir diese Probleme in Nordrhein-Westfalen haben, vor denen wir heute stehen. Und gerade jetzt in der Krise muss doch klar sein, wir können uns das nicht mehr leisten. Wir müssen hier ein Stoppzeichen setzen und wir müssen anfangen, Gesellschaft anders zu strukturieren, liebe Freundinnen und Freunde. Und das läuft ja seit Jahren. Und die meisten oder viele von Ihnen, Sie kennen die Umfragen, Sie kennen die Untersuchungen dazu, die Armut wuchs in Nordrhein-Westfalen mehr als doppelt so schnell wie im Rest der Republik. In Regionen wie dem Ruhrgebiet ist heute jedes fünfte Kind, ist jeder fünfte Mensch von Armut betroffen. Und in Städten wie Gelsenkirchen sind 40 Prozent der Kinder müssen unter Hartz IV leben. 40 Prozent der Kinder in Gelsenkirchen leben von Hartz IV, sind gezwungen unter solchen Bedingungen aufzuwachsen. Und die Armen wurden seit Jahren mehr und die Reichen wurden seit Jahren reicher. Und das macht ja was mit einer Gesellschaft. Das geht ja nicht spurlos an den Menschen vorbei, wenn so etwas passiert. Und dann über Jahre und Jahre und Jahre. Und natürlich entwickelt sich da auch eine Wut in der Gesellschaft. Und als Linker sage ich, ja, ich finde es richtig, dass es da eine Wut gibt. Ich bin auch wütend, ich finde das auch ungerecht. Aber eine Sache darf nicht passieren und die ist in den letzten Jahren passiert. Diese Wut hat sich viel zu oft nach rechts kanalisiert. Da waren die Rattenfänger in Blau, die diese Wut genommen haben und in Wählerstimmen umgewandelt haben. Und ich sage, so geht das nicht. Und ich möchte das auch mal kurz erklären. Die Rechtspopulisten simulieren eine Protestpartei. Sie simulieren Protest gegen das Establishment. Wenn man mal genauer hinguckt, sie erinnern sich an die ganzen Parteispenden-Skandale, die da im Hintergrund waren. Das sind Leute, die vom Establishment finanziert wurden. Hintenrum. Und eine Partei, die vom Establishment finanziert wird, ist keine Anti-Establishment-Partei. Punkt eins. Punkt zwei. Diese Partei legt sich nicht mit den Reichen und Mächtigen in der Gesellschaft an. Die buckelt vor denen. Und was sie dann macht, ist, sie tritt nach unten auf die Schwächsten in der Gesellschaft. Und da sagen wir, das ist keine Protestpartei. Eine Protestpartei buckelt nicht vor den Reichen und Mächtigen und tritt nach unten. Protest ist, man macht den Rücken gerade und wehrt sich gegen die Missstände in diesem Land und sucht sich die Verantwortlichen und lässt es nicht an Sündenböcken ab, liebe Freundinnen und Freunde. Und es gibt ja viele Gründe, warum man sauer sein kann. Ich weiß nicht, ob Sie sich daran erinnern, vor wenigen Tagen gab es einen Kongress und Angela Merkel stellte sich hin und lobte die gute Arbeit in den Gesundheitsämtern. Nun ist das ja erstmal richtig, die gute Arbeit in den Gesundheitsämtern zu loben. Die haben gute Arbeit gemacht und es sind ja Nadelöhre in der Corona-Krise. Es sind ja strategische Punkte. Hier läuft die Nachverfolgung. Wenn die Gesundheitsämter nicht funktionieren, dann können wir nicht mehr nachverfolgen, wo sich das Virus wie ausgebreitet hat. Und deswegen ist es richtig und wichtig, diesen Leuten den Dank auszusprechen. Aber wir sagen auch, Dank ist doch zu wenig. Diese Gesundheitsämter in Nordrhein-Westfalen, es gab da eine WDR-Umfrage zu, diese Gesundheitsämter sind komplett unterschiedlich aufgestellt. In einem Gesundheitsamt testet man all das, was vorgeschrieben ist. Und in einem anderen Gesundheitsamt, eine Stadt weiter, da bietet man das nur an. In einem Gesundheitsamt ist man rund um die Uhr per Corona-Not-Telefon erreichbar. Und in einem nächsten Gesundheitsamt nur zu den Öffnungszeiten. Die meisten Gesundheitsämter waren auf diese Krise überhaupt nicht vorbereitet. Und es musste Personal abgezogen werden aus anderen Bereichen der Kommune. Und die Arztstellen, die wir jetzt im öffentlichen Dienst so dringend brauchen, sind bei diesen Gesundheitsämtern seit Februar, also seit Beginn dieser Krise, genauso unterbesetzt wie jetzt. Da hat sich gar nicht groß dran was getan. Und warum? Weil diese Stellen so schlecht finanziert werden. Und da sagen wir, das ist doch eine Folge der falschen Steuerpolitik der letzten Jahre, dass oben Geld geschenkt wurde, was unten fehlt. Unsere Kommunen waren nicht vorbereitet auf diese Krise. Und auch das ist ein Grund, sich jetzt neu aufzustellen, Gerechtigkeit zu fordern, um zu verteilen, damit unser Gemeinwesen stark genug ist, um uns zu schützen in dieser Krise, liebe Freundinnen und Freunde. Und zwar vor dem Gehirn? Wenn man gerade. Und dann kommt die Krise. Und Dr. Drei. Kindern. Da kommt die Krise.